So, das ist jetzt eine Livestream-Aufnahme für YouTube. Okay, hallo YouTube! Du hörst dich ja wieder so energetisch an, ne? Na klar, ey, ich liebe YouTube, ich habe noch nie etwas schöneres getan. Im Übrigen, für die, die sich wundern, was das spielt fort, das tue ich schon länger auf Twitch. Aber nur so als Tipp. Ich glaube, jetzt habe ich die Build-Order wieder verkackt, maaaann, ey, ja. Und wenn es mir zu sehr nicht gefällt und ich halt keine Facecam auf YouTube haben möchte, dann lade ich die Folge einfach nicht hoch. So einfach ist das Leben. Ja, alles umsonst hier. Na, du bist eh umsonst. Ne, ich bin nicht... Stimmt, du bist gratis. Naja, besser als wenn ich dazu zahlen müsste ich bei dir, Noni. Oh Gott. Äh, was? Hä? Zuzahlen? Dazuzahlen. Achso, ja, ne, du musst eh immer zahlen. Nein, Noni, du musst zahlen, dass du mit mir spielen darfst. Seit wann das denn? Und seitdem du ein Noni bist. Seitdem ich mir gar nicht kontrolliert. Scheiße. Ich glaube, da habe ich einen Fehler gemacht. Naja. Komm. Ist ja... Ist jetzt hier fetzt, wird mich schon carryen, so wie auch in Co. Ja, aber was denn? Das macht der da immer. Was ist da kaputt gegangen? Eigentlich eine witzige Idee. Ich glaube, ich probiere das heute mal aus. Das habe ich nämlich noch nie ausprobiert. Das geht da kaputt. Das mag ich gar nicht. Ich mag nicht, wenn Dinge kaputt gehen. Nein. Wie viele Runden spielt ihr? Ähm... Wir... Wir spielen... 30 Millionen. Nein. Ähm... Die hier, dann noch eine. Und... Ähm... Ja, dann gucken wir mal, wie viel Uhr es ist. Ah, das hatte ich jemanden, der mir was da auch wollte. Das ist wie... Verzögert. Ähm... Das nicht. Ich muss nur kurz gucken. Ähm... Lustigerweise, es fühlt sich sehr interessant an, wenn man selber mal Nachhilfelehrer ist. Was bist du denn, Nachhilfelehrer? Mathe. Was ist denn, Mathe? Wen machst du denn, Nachhilfe? Hm? CT chattet jetzt. CT ist wieder drin. Ich habe ja ein super Team gehabt. Ja. Beschwer dich bei meinem Internet, die Idioten. Ich habe jetzt endlich rausgefunden, warum das in der letzten Zeit so scheiße ist seit 3, 4 Monaten. Letzter Zeit? So habe ich dich kennengelernt. Blöse, wenn man sowas macht, das möchte ich jetzt noch anmerken, ja. Ist doch wahr! Das ist halt so, die haben halt genommen, weil... Boah, scheiße. Haben halt sein Leben genommen. Nein, 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 die haben halt die... Ja, genau, das haben sie im Prinzip gemacht. Die haben halt die Internetleitung genommen und dann nicht, wie es eigentlich... eigentlich sollten eine neue Leitung gelegt für das neue Baugebiet, sondern sie haben einfach die bestehende Leitung halbiert, weil ja angeblich in ein paar Monaten hätte Glasfaser kommen sollen. Ist auch nicht gekommen. Genau. Vollkommen richtig. Das kommt's nie. Theoretisch gesehen, wenn ich Glück habe, vielleicht... Nächsten Jahren. Also wir kommen in den Entwicklungsland Deutschland. Ja. Ach, also ich würde es nicht Entwicklungsland nennen, dann würde nämlich was passieren. Ach stimmt. Ja. Dann würden wir... Also sind wir drittes... Ja, ich meine wir sind auch drittes Weltland, wenn man jetzt einfach mal die Internetstruktur anguckt. So, gucken wir doch mal, ob das alles hinhaut. Ja, das freu ich mich auch. Also wenn ich jetzt verkacke, dann ist das nicht meine Schuld, weil das ist ein Test. Ich habe auch schon einiges verkackt hier. Vor allem ich bin in einer Position, die ich nicht mag. Aber gut. Ach, das heißt du bist unten. Abcoy time. Cordro... Okay. Ich mache einen Cordro up. Wo mache ich das? Da, 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 da. Wuiiii. Ja, mach doch mal. Mach doch mal. Komm, mach. Bitte. Wer von euch beiden ist oben? Dann halt nicht. Wurde dem sagen, mach der ersten Cordro up, dann mache ich einen. Würde ich machen. Oh, das funktioniert sogar. Ganz ehrlich, ich würde es tun. Wunderbar. Das funktioniert auch schon mal. Alles nach Plan. Ja. Seit wann hast du einen Plan? Zum meinem's Plan anscheinend. Dann hat er nur dann einen Plan, wenn aufs Maul fliegen ein Plan ist. Naja, sagen wir es mal so, dieser Plan ist ziemlich gewagt. Solang... Was? Man, ich hasse das, wenn es nichts so machen, als ich möchte. Wer von jetzt. Jetzt geht's. Ich weiß, es ist kein Weihnachten mehr, aber trotzdem, ich darf das. Egal, jetzt muss ein Business noch richtig. Aufhalten. Hast du nicht mehr das Problem? Achso, okay. Blum, 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 blum. Ah, okay, jetzt darfst du da helfen. Ich weiß noch nicht warum, aber es war richtig. H. 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 ich wollte ich nur auf den hoppen immer so und mein mega ist und mein ich hasse das wo das hier nicht geht jetzt hören verhob damit also langsam reicht es mir ach wer ist jetzt ok jetzt reicht es mir jetzt reicht es mir ich hoffe ich schießt du gerade zum ersten mal mit portal ja sie schießt er ist zum ersten mal mit portalen ja weiß dass die portal in beiden richtungen funktionieren das funktioniert ich panzer ein bisschen ich brauche viel viel mehr zeug hast du hat jemand zeug für mich was zeug ich brauche immer zurück alle brauchen das zeug das beste zeug das beste zeug der welt was war das war einfach ein normaler kann niemals zu viel abwehr haben nein doch nicht alle blätter nicht feuern so nicht richtig zielen aber es ist wertvoll sehr interessanter test ok ok so kann man die abspülen ok i need more stahlbeton was sowieso dass man so weil ich zeug brauche ich möchte mag es nicht wenn es alles stabiler werden ja das muss alles stabiler werden nur aus interesse versuchen auch mal den kerr in der märz wie moment ich weiß jetzt nicht wie du es haben möchtest hey das war ein interessanter schuss nein das war ein sehr blöder schuss interessant hier ist noch ein ja da hat noch nichts wirklich was gehört äh du hast doch Metall ohne Ende wahrscheinlich ne na klar unendlich mehr bauen mehr Stahl vor allem ich höre die ganze Zeit wie du bei dir tonnenweise an Stahl rein haust ey ja ok sie haben ihre benutze ganz süßes geworden war ein anderes Portal von mir wie hast du etwa mehrere ja wieso das denn so glück war da wegen wo ging der hin hallo was hab ich gebaut ich wollte das dann machen wie man bei mir wahrscheinlich nur noch Stahl hört hey dafür schießt man durch die Hälfte bei dir durch ja da unten ist so ein Flackerfeuer immer wieder dasselbe kann das sein ja bauen wir wieder so ja finde ich auch sehr gut so bauen ja ach so hier zu wenig ah kann halt nicht mal es gibt immer zu wenig ja das macht mal da das macht das halt einfach tschüss ui du bist weg ich bin weg oh man wir hatten zu wenig Flack ja so der hat's auch geschossen oi 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 ach verdammter Mist ihr Weiße Edition schade schade so das verdlöscht so sehr schnell wieso machen wir so und so also äh ich glaube Feds das äh so und dann connecten wir dazu ach so du meinst du das hier sei ja das wäre sehr wirklich schlau auch nicht so sehr schließen wir das hätte ich was so muss hallo ja was alle ja durch heute k2 fetz heute wo zwei weißt du weil bei mir werden schon die halbe basis tot das ist doch einfach nur weil ich dafür sorge dass das nicht hat etwas fatales macht glaube so ist das angenehmer ich glaube wenn die auch mal unten bei dir rein schießen würden hättest du auch andere probleme da hatten die bei mir die ganze zeit kein winkel herausfinden ja ich brauche neue winkel schöne erste folge für youtube ja ich weiß es ist ich weiß nicht bei den beiden nudeln habe ich gern mal das problem dass die das großteil der basis noch steht aber dann so auch guck mal da ist ein kleines löchlein da schieße ich rein freigepalter ja ich kenne da so ein paar lackschüsse von mir ne ja als lackschüsse bezeichnet ne ganz ehrlich das sind lackschüsse wenn du das erste mal dahin schießt und halt sofort triffst nein das sind alles vorkalkuliert ja ja vorkalkuliert weißt du das stelle ich mir da immer so vor mit na blödes ich hab solche werkzeuge aber ich hab sie grad nicht hier die sind da unten irgendwo in der kiste dass er dann so mit was weiß ich winkelmeier zücke ähm allem möglichen an geometrie werkzeug der genau die in die flugbahn berechnet um den perfekten schuss abzugeben geht back ist viel zu hoch ja nimm sie mach sie viel flacher muss ich da oben jetzt auch noch flack hin positionieren ja auch ne die erste frontaus portal und versuchen den feindschuss zurückzuwerden er will mehr flack haben genau komplette wand aufs portal dass du im prinzip nur äh die schüsse die auf dich gehen zurückschicken läuterst das wäre lustig fucking hell ey probieren wir das halt nochmal aus also wie du merkst ich hab mehr flack hm ja alter wie viel flack hast du denn ey da musst du es mal nur einmal mit einer großen flack drauf schießen und deine gesamte flack ist tot ja und letzten tipp da oben bei den portalen einfach hinten schließen mit der flack das nächste mal es geht auch mit deiner normalen flack ja also irgendwie kann ich dir grad nicht so helfen ne direkter schuss ist bei mir nicht ey sag ich doch bitte oder schieß mal mit der dicken drauf dann gibt es schöne schäden ne da brennt nix doch paar sachen oh ich brenne oh ich brenne oh da ist der kern da ist der kern da ist der kern wahrscheinlich sag doch das klappt dann nicht brauchst mehr waffen er braucht bei liebe das ist in deinem fall dasselbe das ist richtig was ich heute noch mache ist ähm fort dann drones rum und dann am ende vielleicht dann so noch und dann vielleicht dann so noch noch unter kontinuiers war nicht sehr hilfreich muss ich sagen ähm ich lieb das jetzt okay jetzt baut es wieder zusammen danke ja fort ist manchmal da sehr einfach ja jetzt habe ich es jetzt beginnt der dauerbeschuss ich darf nicht zurückschießen hey nein da kommen wir die scheiße danke das war jetzt oh das kommt von oben oh der war richtig schön ja der war blöd ey also mit dem mit der kann dicken hast du es einfach nicht raus oder ja nee das ist erstmal das ich benutze kein faustmon nee kitty ist nicht da also hier oben siehts bisschen locker aus in Ordnung äh warte mal entfernen ja entfernen wiii boong und boong hey tu mir da nicht weh tu mir nicht weh ich hab den weg jetzt rausgefunden den wollte ich jetzt ausnutzen das war's das war's WTF gegen der denn echt aua das da unten tat weh hier noch was hin und dann bauen wir hier noch was hin warum na komm warum brauche ich das äh batterie das geht viel zu hoch sag ich die ganze zeit noch niedriger als davor das mit dem hoch und der kraft arbeiten muss sehr viel mit der kraft arbeiten also ja auch das wird noch mehr wehtun bitte nix weißt du was eigentlich brauche ich das gar nicht das nimmt mir nur platz recht ooo der ist ooooh verschleppen knöllern da hilft kein schuss warte na der war zu langsam schließlich ist das schon tot ja die toten wissen es am besten ich dafür wenn die mir hier ein loch schließen und ich das nicht schnell genug versteckt ich hatte die position da eben ist mir alles viel zu gestreckt böllern aua zu weh vor allem ich treffe da mit seinem kern direkt halt schließen schließen wir wieder das portal immer wieder schließen ach so so sorgst du dafür dass man nicht direkt auf deine kanonen schießt wie soll warum soll ich dir permanent offen lassen wie sehe ich aus wie ct der lässt zum beispiel nur weil er jetzt seit ewigkeit nicht zurück geschossen hat habe ich nichts gemacht nein sehr schön ja 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 ich glaube jetzt stirbt auf lange sicht ja 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 jetzt ich fühle mich ich fühle mich ich werde mit euch wenn ich jetzt wenn fetz und jan jetzt tauschen ist trotzdem genauso aussehen wird ja das ist halt so dick gepanzert ja da am ende war es dir halt egal ob man draufschießen man sieht das halt einmal was ist das denn wir möchten jetzt mal da hier hat er halt immer reingeschossen ich kam hatte nicht die ressourcen leider das hier richtig zu panzern das ist das problem ist mein vor ort eigentlich so also ich habe das jetzt noch erstmal ausgesucht mit diesen schönen ding an den schilden ja dann hat man hier halt noch einmal reingeschossen das problem war das eigentlich wirklich mit nur seit er dich gebracht hat ja ja also fest hat würde wirklich das ist anscheinend irgendwas noch zusätzlich gebrochen was eigentlich hier hätte verstärkt sein müssen jetzt habe ich gesehen was ich bei fans getroffen habe du hast du hast die eine strebe verloren die blau beleuchtet da war eine blaue verschwärts ach die da ja ich das von der normalen panzerung dadurch zerstört habe durch den explosionsradius da hätte ich eine strebe gebrochen ich bräuchte ein paar mehr querstreben ja also dieses blöde ja du musst halt dieses dreiecksmuster das musst du halt irgendwie versuchen weg zu bekommen hä dreiecksmuster nein doch das dreiecksmuster du hattest da ja so solche dreiecke statt der vierecke die du normalerweise brauchst ja aber das ist halt vorgebaut so hä ach ja jetzt nehme ich mir jan ist noch ein replay ach so ja genau